Oh, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Darf ich Claire A erst mal spielen, bevor ich mich da daran wage? Ja. Ach, ich weiß, was... Oh, er ist ein Idiot. Die Medaille da. Kann ich erkennen, welche Symbole das sind? Die Medaille da sind. Die Medaille da sind. Pappersführer Sama ja schon gelesen Geht's schon okay, bitte. Amen. Deswegen kommt er hier nirgendwo durch. Sei es zu. Warte mal, wenn er mich verfolgt und nur so wenig Räume zugänglich sind, das kann lustig werden. Der Eingangshalle gibt es noch auf der... Oh Gott. Hier bin ich safe, das weiß ich. Oh Gott, der hat mich hier schon verfolgt. Na. Ich will nicht. Warum habe ich da mich nicht umgeguckt? Warum habe ich immer das Pech, denen sofort zu begegnen? Wir brauchen einen... Piekschlüssel. Ja. Ich höre noch keine Schritte. Das heißt, er scheint vielleicht noch nicht zu kommen. Die Bretter hätte ich gebraucht. Komm schon. Erst halt. Komm schon. Komm schon. Erst halt. Komm schon. Das ist vielleicht dumm, weil er schon durchgebrochen ist. Aber vielleicht kommt da ja wieder einer raus. Die Munition ist mir leider wichtig. Das heißt hier leider. Brauchste. Danke. Ende. 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 Das ist der Presseraum. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Im Presseraum kommt der nämlich immer durch diese Wand, ne? Und dass ich da eh noch nicht lang kann, brauche ich noch keine Angst zu haben, dass da was passiert. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Was ist das da noch? Er hat mich nicht gesehen. Noch nicht. Jeder Gegner wird nachher sehr stressig, wenn ich rennen muss. Das Problem ist, ich habe nicht mal eine Granate. Oh, das ist der Buddy, den ich... Oh Gott. Tschüss. Oh Gott. 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 Was soll das? Meine Waffe ist somit nutzlos. So, mein Ziel ist jetzt da lang. Oh Gott, da muss ich nicht lang. Wenn ich den Typen treffe, schreie ich. Oder war das nur eine Ankündigung, dass er irgendwann kommt? Ich hoffe es war nur eine Ankündigung. Ich bin ein Anzug. So, mein Ziel ist es, dass er das eine Ankündigung für Angriffe ist. So, ich bin ein Angriffe. So, ich glaube, es ist ein Angriffe. So, ich bin ein Angriffe. So, es ist ein Angriffe. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, bis. Der Raum ist nicht mal sicher Da ist keine Schreibmaschine Jetzt sehe ich es erst Da sagt man noch Och die Licker ne Die kommen ja nicht so früh ne Die Entwickler sind gut Ich will nicht mehr spielen Wir müssen hier nichts plündern Der Raum Was? Ich glaube, ich habe einen Verfolger. Geht auf mich, Alter. Geht auf mich, Alter. Geht auf mich, Alter. Geht auf mich, Alter. Ja stimmt, ich brauch ja da nicht lang. Haha, ich brauch ja nicht hier lang. Es geht ja irgendwann, oh, vergesse ich jedes Mal. Ja, ich weiß. Spiel, brauchst du mir nicht sagen. Also, ich sache noch mal, dass du es kapierst, dass ich es schon machte. Habe ich hier irgendwas zum Schreiben? Das kann ich mir doch nicht merken. Locker Room Cab, okay. Okay. Das war's. Drei? Sind die wenigstens gut? Ich hasse die Quickdraw. So, das ist der Schließfachfächerraum. Ich tu euch mal rein. Wir haben noch ein Messer, das fast kaputt ist. Hat ihn das getötet? Warte mal. Hier waren doch auch Licker später. Ach komm, dein Ernst? 1.2 geht. 1.3. Wir haben ein Messer verloren, also können wir 1.3. Wir haben keinen Platz mehr. 1.3 können wir aber nicht machen. 1.6 ist der Film. 1.9, ich brauche 1.9 auf jeden Fall. 1.5. 1.7 ist der Film. 1.7 ist der Film. 1.7 ist der Film. Bitte lass wenigstens hier noch keinen Licker sofort kommen. Nein, nein, nein. Das muss funktionieren. Spaß. 102 und 103 können wir nicht machen, aber 106 und 109 brauchen wir. Das ist der Granatwerfer. Töten unser Leben lassen. Das ist der Granatwerfer. Das ist der Granatwerfer. Hier kehre ich nachher wieder zurück. Ach komm, ist das dein Ernst? Das ist der Granatwerfer. Das Lichtschalter da. Das funktioniert nur mit einem anderen Teil. Das heißt, solange ich die Batterie nicht habe, nutzt mir das nichts. Das ist der Granatwerfer. Das ist der Granatwerfer. Untertitelung des ZDF, 2020